Diese Berufsschule im finnischen Kauhajoki ist Ort eines blutigen Verbrechens geworden. Ein Amokläufer tötete zehn Menschen und erschoss sich dann selbst. Dies soll der Täter sein. Der 20-Jährige soll an der Schule für Gastronomie und Hotelleriewesen eingeschrieben gewesen sein. Zwei weitere Menschen wurden nach Medienberichten verletzt. Am Vortag war der Täter von der Polizei vernommen worden, nachdem er auf dem Internetportal YouTube diese Videos veröffentlicht hatte. Sie zeigen ihn offenbar bei Schießübungen und wie er wilde Drohungen ausstößt. Doch nach dem Verhör ließen ihn die Beamten gehen, ohne ihm seine Waffe abzunehmen. Finnlands Regierung berief eine Dringlichkeitssitzung ein. Erst vergangenes Jahr hatte ein 18-Jähriger an einer Schule acht Menschen und sich selbst getötet. Ein Maßnahmenpaket sollte eigentlich dafür sorgen, dass sich eine solche Tat nicht wiederholt. Nach dem Amoklauf hat YouTube versprochen, die Videos des Täters zu löschen. Nutzer hatten massiv dagegen protestiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017